moin moin freunde und herzlich willkommen zu einem neuen tutorial hier auf meinem kanal und zwar zeige ich euch heute wie man sich geld cheaten kann im ls 22 ein ganz umstrittenes thema viele finden es gut viele finden es auch wiederum nicht so toll deswegen ja entscheidet am besten selber ob ihr das ganze selber machen wollt oder halt nicht so wichtig ist dabei ihr müsst ihr das safe game schließen das heißt wir speichern das ganze und werden dann im hauptmenü sein jetzt befinden wir uns im hauptmenü und im endeffekt müsst ihr könnt ihr das spiel jetzt minimieren oder ihr geht hier einfach rauf und sagt beenden wichtig ist davor allerdings noch dass ihr wisst welches safe game ihr benutzen haben welche welcher slot von den safe games weil das brauchen wir natürlich gleich auf dem desktop das heißt ich gehe hier raus und wir sehen uns dann gleich auf meinem desktop wieder so wir befinden uns jetzt auf meinem desktop und da ist es wichtig dass ihr in den ordner euer pc dokumente my games farming simulator 22 navigiert dann ist es wichtig zu wissen welches safe game ihr denn editieren oder bearbeiten wollt wo ihr das geld cheaten wollte im prinzip bei mir ist es safe game 6 das öffnet ihr dann und geht dann rein in oder sucht die datei arms punkt xml auch hier wieder könnt ihr mit dem ganz normalen windows editor oder halt mit dem notepad plus plus öffnen dann öffnen wir das ganze mal genau jetzt haben wir das ganze geöffnet und jetzt sehen wir hier natürlich ganz viele verschiedene einträge hier steht natürlich eine menge drin aber wichtig ist und was wir brauchen ist das money und entweder habt ihr es bereits schon gefunden nämlich eigentlich steht es schon hier oben drin oder ihr macht einfach steuerung f und sucht nach money und dann haben wir hier schon das money so da haben wir natürlich jetzt 1,5 millionen da wollen wir jetzt aber 50 millionen machen dann gehen wir 50 und 1 2 3 4 5 genau das eine 0 fehlt noch so genau dann haben wir das geld cheated quasi und da eingetragen dann können wir das ganze speichern entweder hier oben auf der auf der diskette oder wieder steuerung es schließen das ganze und dann sehen wir uns gleich im spiel wieder bis gleich so im spiel wieder angekommen gehen wir dann natürlich wieder auf karriere suchen unser spielstand 6a raus hier sehen wir natürlich noch 1,5 millionen aber wenn wir da reingehen dann werden wir das geld denn dementsprechend auch wieder finden wir gucken einmal rein das spielstand lädt eben schnell es geht ja relativ fix mittlerweile das ist ja echt sehr nice und dann sind wir im game und sehen 50 millionen oben rechts seht ihr es und somit haben wir quasi dem spielstand mehr geld verliehen und ja das sollte es gewesen sein mit dem kurzen kleinen knackigen tutorial wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich sehr über den daumen nach oben von euch freuen teilt es gerne sagt zeigt es euren freunden damit die auch wissen wie es geht wenn sie das dann machen wollen und in diesem sinne würde ich sagen vielen dank fürs dabei sein und vielleicht bis zum nächsten tutorial ansonsten sehen wir uns auf meinem kanal natürlich in den lps wieder bis dahin vielen dank fürs dabei sein macht es gut und bis zum nächsten mal tschüss